weiter geht's mit einer neuen folge wolfenstein die old blot auf der playstation 5 ja schön dass ihr wieder eingeschaltet habt wir müssen jetzt auf jeden fall hier als nächstes annett und kessler finden und ja wir müssen auf jeden fall vorsichtig sein ja dann ist wimmelt hier überall und zombies auf jeden fall gar nicht gut oder unten kommen jede menge nach dem schreck hätten wir gar nicht wenn wir die irgendwie umgehen dann sieht nicht so aus wir dürfen auch nicht alles an munition an denen verbrauchen los wir schwimmen hinten lang würde ich sagen los bj wie eine kleine woche ratte sei eine kleine wasserratte ja wohl hier können wir dann auch schon wieder hoch kessler ich muss sie finden Woher weißt du, dass sie noch hier ist? Das ist nur sein Gefühl Bedeutet sie dir viel? Ich muss an sie denken Die ganze Zeit Dann werde ich für sie beten Dass sie dich wiederfindet Die Annette sucht also jemanden Was, wir machen hier auch Boah, was geht dort? Na super, dort hängt sie Bloß wir müssen dort schnell hin Bloß wir müssen uns beeilen Hier lang oder hier lang? Welchen Weg soll ich nehmen? Ich gehe links lang Was wir müssen schnell machen Sonst kämpfen wir uns hier schnell durch den ganzen Raum durch Ich will nicht noch mehr Freunde verlieren Hier, nehmt das Jetzt sind wir rüber zum Schockhammer So Gehen wir weiter vor hier, los Platz Sehr gut Weiter, weiter, weiter Und hier lang, los Nein, wir müssen zu ihr Da wird auch nichts passieren Warum hassen sie uns so sehr? Weil ihr Hirn im Arsch ist, schätze ich Ich hab einen getötet Haben sie das gesehen, Herr BJ? Nur weiter so Ich war schon mal hier In der Woche nach Weihnachten Mit meiner Freundin Wir sind hier reingeschlichen Um den Badehausgeist zu sehen Die Heizung war aus Wegen der Bomben Im Becken war Eis Wir tanzten zum Grammophon in Herr Obermanns Büro Und ich weiß noch, wie wir lachten und froren Und wie wir Angst hatten, dass sie uns erwischen und mich mitnehmen Ich gab ihr ein Versprechen Was auch mit mir geschehen mochte Ich würde zu ihr zurückkommen Du kannst nicht ganz allein gehen Nicht mit diesen Monstern Wenn ich nicht gehe, dann kann ich die Monster auch gleich meine Eingeweide rausreißen lassen Ich steige dort oben durch das Loch Und sie helfen mir Das werden sie doch, Herr BJ Okay, ich helfe dir da hoch Aber Ich muss sagen, mir wäre es lieber, wenn ich mit dort hochkommen könnte mit dir Hier Hör zu Ich kann mitkommen Nein, sie dummer Soldat Sie müssen Helga aufhalten Ich passe schon auf Scheiße, ihr Bastard Oh, ich bin jetzt nicht über zu Kessler Wir müssen Kessler noch helfen Oh nein 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 Unsinn, Frieden Danke für alles, was sie für uns getan haben Tut mir leid, Kessler So hätte es nicht enden sollen Oh Mann Oh Mann Unsinn, Frieden Als ich klein war Sagte mein Vater, wir hätten ein Monster im Keller Und wenn ich nicht brav wäre, würde es mich eines Nachts holen Also war ich immer schönartig Aber das Monster kam trotzdem Aber das Monster kam trotzdem Aber das Monster kam trotzdem Ich muss zur Kirchenruine Helga muss dort sein Was sie auch vorhat Es ist nicht gut Du musst es verhindern Holst du dir diese Akte Nur noch eine letzte Hürde Nur noch eine Nur noch eine Moment Weiter Kommt Geh hoch Sehr gut Ich muss kurz absteigen Los Und ganz fix hier rein Kommt Wir müssen das Tor dort öffnen Sehr gut Frisch Gehen wir schön weg mit euch hier Und jetzt Schnee oben rein wieder Oh, sie kommen hoch, sie kommen hoch So Los Wir müssen eine Drehung machen hier So, sehr gut Ich glaube hier muss ich jetzt erstmal absteigen Wir brauchen einen Schlüssel Okay, dann werde ich wohl jetzt erstmal einen Schlüssel suchen müssen hier Hm Wo es den wohl hier gibt Das können wir nur öffnen von der anderen Seite aus Na super Komm schon BJ Wir müssen hier einen Schlüssel finden Aber wo Das ist eine gute Frage So, ich flündere aus mir hier alle Kisten Sehr schön Husch, weg mit dir Das ist nicht rein zu fächlichen Schlüssel Aber Ne Schade Da hätten wir aber jetzt auch echt viel Glück gehabt Hm, ich denke eigentlich, dass ich hier hinten irgendwo mich durchquetschen muss Vielleicht oder so Halt oder Moment, vielleicht habe ich eine andere Idee Wollen wir ganz kurz hier hoch gehen Wir müssen mal kurz mit so einem Roboter-Freund hier reingehen Und ich hier irgendeine Wand vielleicht verlegen damit Ne, das geht nicht Auch nicht rein zu fällig hier die Trümmer, oder? Ne, klappt auch nicht Ich glaube auch, ich weiß jetzt, wo wir den Schlüssel finden können Bestimmt dort hinten in der Wohnung, oder? Hier Die hier offen ist Ja Hier Sehr gut, hab ihn Hallo Können Sie mich hören, Herr BJ? Ich hör dich, Herr Nette Ich glaube, ich hab meine Freundin gefunden Sie sitzt in dem großen Haus da fest Es gibt einen Hinterengang Ich rette sie Aber Keine Zeit, Herr BJ Ich muss los Sei vorsichtig Ich hoffe, ihr gelingt das Aber ich würde eigentlich lieber mit ihr mitgehen Ich wäre mir wesentlich lieber Damit dir nicht auch noch was passiert Und hier kommen immer mehr von diesen Dingern Das gefällt mir ganz und gar nicht Moment Wir machen das Geschütz hier ab, los Dann nehmen wir das jetzt erstmal, um hier weiter voranzukommen Dann nehmen wir das jetzt erstmal, um hier weiter voranzukommen So kommen wir gut voran Ouch hinter uns Jetzt nochmal so ein Geschütz, oder? Ne, hier ist keins dran Schade Ne, wir müssen nicht mehr weiter Ne, wir müssen nicht mehr weiter Wir stellen den Hebel los Gut, das ist offen Jetzt schnell zu unserem Roboter wieder Und mit dem können wir dann dort lang Na los Na los Dann gäbe es nochmal eine Rüstung Ich weiß nicht Wollen wir die lieber mal noch fix mitholen Wäre vielleicht besser So Sehr schön Mal gucken, wo kann ich jetzt mit dem Roboter ran Hier Alles klar Moment, wo sind die die Hand los? Push Geht dann runter Und jetzt müssen wir nur noch hier die Mauer hoch los Wir beeilen uns mal Ah, Moment Hier brauche ich nochmal den Roboter, um dort hochzukommen Alles klar So, mit dem komme ich jetzt hier drüber. So, hier hinten sind zwei Kommandanten, die müssen wir uns vorsichtig kümmern. Oh. Bam. Diese Dinger im Dunkeln lauern. Hast du etwa Angst, Hans? Vielleicht. Na los, trennt euch. Hast du gesehen, was sie mit Fritz gemacht haben? Ich konnte Fritz leiden. Aber er hat es nicht anders verdient. Hat sich mit den Falschen angelegt. Hey, alles klar? Sein Strudel war ausgezeichnet. Mag sein. Aber er war ein Sünder. Ein klarer Körper und Geist vertreiben den Teufel. So, so. Du mochtest also sein Strudel. Ich denke schon. Genug jetzt. Wir müssen wachsam sein. Ich muss gestehen. Ich hätte gerne auch so einen Strudel mal gekostet. Alles in Ordnung. Los. Wir machen die beiden jetzt weg. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Die verwandeln sich sofort in so einen Infizierten. Sobald die draufgehen. Das gefällt mir aber überhaupt nicht. Das wird uns etwas das Schleichen hier erschweren. Das merke ich jetzt auf jeden Fall schon. Wie machen wir das denn jetzt dann hier am besten? Gut, ich gehe erstmal hier lang, denke ich. Hier könnte ich nach unten machen. Ja, aber ich will eigentlich erstmal die Kommandanten wegmachen. Ach, das ist super. Ich habe mir jetzt aber gefehlt. Ich wollte doch eigentlich jetzt nur das Schöne hier am Schleichen hinkriegen. Eigentlich hätte ich den ja aus der Entfassung her wegfeuern können. Aber nein, dann hätte er sich ja verwandelt. Das war jetzt ja einfach noch mit eins der Probleme. Ja, das ist super. Und wir müssen hier wieder in das Loch. Wir müssen ins Loch. Wo ist das hin? Steht das Loch nicht mehr. Eben war es noch hier irgendwo. Hier, nehmt das. Hier war das Loch. Rein, da, los. Gut. Gibt es etwas Gold? Ja, dann machen wir jetzt hier hinten lang. Vielleicht können wir die so umgehen. Los, lauf. Speedchail auf, lauf, 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 lauf. Aktiviert doch schnell. Kommt, der Strom muss ausgehen. Jetzt können wir hier durch. Oh, hier geht alles hoch. Wo? Wonach buddelst du hier, Helga? Kommt, jetzt bist du dran. Hier ist noch ein bisschen eine Rüstung und so. Schön. Oh, da drüben. Da steht ein Wachmann. Zack. Zack. Und zack. Ja, aber nicht jeder verwandelt sich, wenn man darauf mal so achtet. Hier. Dem hier habe ich einen Kopftreffer verpasst. Der hat sich nicht verwandelt. Dem hier habe ich einen auch gegeben. Der hat sich verwandelt. Interessant zu wissen. Also, du musst dir das nicht vergeben. Das ist einfach nur Zufall. Purer Zufall ist das einfach nur. So, wie es scheint. Aber jetzt müssen wir erst mal den von uns wegmachen, los. Okay. Der ist direkt hochgegangen diesmal. Ich musste diesmal gar nicht noch mal mit Nahkampf oder so an den Rand. Interessant. Ja, und ich bräuchte dringend noch etwas mehr Munition. Hier für den Schockhammer. Aber hey, immerhin habe ich ja noch eine andere Schrotflinte. Oder die abgesägte. Ja. Für die habe ich immerhin genügend Kugeln. Jetzt fahren wir mal noch tiefer. Oh, dieser Wahnsinn. Du bist wie ein blinder Wurm, der sich immer tiefer in die Erde frisst. Tiefer und tiefer in ihre verrotteten Eingeweide. In die dunklen Orte, die besser vergessen bleiben sollten. Oh, da kommt ein großer Besuch. Uns entgegen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Los, wir schmeißen eine Granate auf ihn. Na ja, dann nutzt man eure Verstärkung hier. Die wird euch jetzt nicht viel bringen. Wenn ich hier mit euch fertig bin, werdet ihr alle so oder so besiegt haben. Bei allem eurer Helga. Da hat es mich jetzt weggemacht. Da war ich jetzt zu langsam. Oder was heißt zu langsam? Sagen wir mal so, ich bin da draufgegangen, weil ich zu lang zum Laufen konnte. Also ich war selbst ja nicht zu langsam, aber eher der gute BJ wegen dem schweren Ding in der Hand. Aber hey. So. Ein Format noch gegen die Hau. Das hat schon eben eigentlich so weit gut geklappt. Ich werde aber den Fall nochmal genauso angehen. Und diesmal bisschen mehr Deckung nutzen hier. Die gute Deckung sollte man halt immer trotzdem noch mit achten hier. Gehen wir hier lang. Was habe ich denn hier für einen Raum? Ui, jede Menge Ausrüstung. Sieh an. Ein kleines Munitionslager, wenn man so sehen will. Hier, nimm das. Perfekt. Action. Moment. Oh, hier, nimm das. Die bekommt nochmal Verstärkung. Ich werde aber gerne mal wissen, wo die genau herkommt. Vor allem die, die jetzt gerade von hinten hier kommen. Weil hier ist ja eigentlich kein richtiger Eingang so richtig nochmal. Aber gut. Ich habe keine Chance. Vorsichtig einmal hier vorgehen. Zack, nimm das. Sehr schön. Da oben. Auch nochmal weiter mit Weißen. Hey, hier wollte ich jetzt nicht unbedingt nochmal hin. Ui. 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 Position für meine eine Lieblingswache. Zack. Dann werden wir hier alles kurz einsammeln. Hier kann ich einmal den Strom ausdrehen. Alles klar. Los, wir müssen uns beeilen. Der Strom dort wieder an. Gut. Hi. Oh, ich höre wieder Zombies hier, glaube ich. Ja, ich höre welche. Die geistern hier irgendwo rum. Wahrscheinlich hier in den unteren Gängen. Davon ist auszugehen. Guck mal hier durch. Ja, da unten. Da geistern sie überall. Wenn ich das. Also wir gehen leider. Irgendwie finde ich, ist echt abwechslungsreich hier mit diesen Zombies. Ja, ist auch mal was anderes. Statt wie immer nur gegen Soldaten vom Regime zu kämpfen. Das hat mal was anderes. Muss man einfach so sagen. Ja, ein interessanter kleiner Weg hier. Jetzt bin ich hier wieder rausgekommen. Dieses Gebiet kennen wir ja noch von vorhin. So, wir gehen mal hier rein. Ja, jetzt sind wir nämlich wieder hier. Komm schon. Hier nochmal der ganze Strom ausschalten. Los. Dann müssen wir jetzt gleich nochmal da drüben nach einem anderen Weg schauen. Ja, weil wir wollen ja jetzt nicht nochmal hier im Kreis laufen oder so. Ah, ich denke, hier müssen wir lang, oder? Oder war ich hier eben schon? Ne, hier war ich noch nicht. Die Zombies haben den aber ganz schön schnell weggemacht. Hey Kollege, hinter dir. Okay, wir lassen ihn auf den Kämpfen. Ja, den Kampf ging aber ganz schön kurz. Die Leute hier vom Regime haben ja irgendwie gar keine Kampf gegen die Zombies. Wenn ich mir das so anschaue, wie die gegen die Kämpfen. Hier, nehmt das. Was haben wir denn hier unten? Wenn wir noch Räumchen. Gibt's hier irgendwas? Irgendwas? Wie ein Sammelobjekt? Ich sehe nichts. Nö. Aber hey, immerhin ein bisschen Munition. Hi. Hey, hör runter. Gut, dann fällst du halt nicht runter. Wäre aber eigentlich schön gewesen. Weiß nicht. Hätten wir schon schön ausgesehen. So. Machen wir mal hier lang. Oh, ho, 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 ho. Zack. Hier rüber. Schön. Sammelobjekt auch noch mit eingesammelt. Und jetzt hier drüben lang. Dann machen wir hier diese Leiter hoch. Und ich höre die Helga. Die muss hier hinschlirben so sein mit ihren Männern. Die ist scheinbar genau. hier unten ist die ich dachte gerade hier unten drunter dass hier unten ein raum wäre oder so aber gut ich würde sagen leute wir machen jetzt hier erstmal schluss nächste folge machen wir dann weiter mit wolfenstein die old plot das war es jetzt erstmal lasst gerne einen daumen nach oben da und bis zum nächsten mal